Hallo, der Shisha-Panis hier wieder ein neues Gewinnspiel hat, dachte ich mir, ich mach mit. Das Thema ist Shisha und Eis. Da der Schnee nicht mal in mein Ghetto findet, muss ich leider wirklich komplett auf Eis umsteigen. Man sieht es hier, ein ganzer Küppel voller Eis. Die Bowl war eine Nacht im Kühlschrank, also im Tierkühlschrank, eben nur die Rauchsäule. Ich hab mit dem Diffusor, ich hab Eiswürfelklingeln, sternfeilmige Eiswürfel, die ich benutze zusätzlich, dass es wirklich das coolste ist, was es gibt, Sashi Inuit, sind normal, also so zwei Löffel sich in die Bowl nehmen, ich hab natürlich drei reingehen, dass es noch cooler ist. Der Tabak, Social Smoke, Absolut Zero, und eben der Freesable Hose mit Sexkartuschen. Ja, ich muss mich echt entschuldigen, es ist mir doch zu kalt. Ich hab jetzt meine Handschuhe an, so Schal, Jacke, Haube, und so werde ich jetzt glaube ich weiter rauchen, weil es ist echt kühl. Und weil der Bauer so eine Shisha nicht ganz einfach ist, zeige ich jetzt ein paar Optics. Schal, Jacke, Haube, und so weiter. Schal, Jacke, Haube, und so weiter. Schal, Jacke, Haube.